Guten Tag, ich hoffe, Sie verstehen mich. Wir haben heute Nachmittag im Sinne der Situation von heute Morgen politisch, strategisch einfach die Situation, dass wir jetzt auch in die Umsetzung gehen müssen. Das heisst, wie macht das der Einkäufer, wie beschaffe ich. Und wir haben sehr profunde Kenntnisse heute Nachmittag. Zuerst ist das Referat von Herrn Bergmann von der APP, Unternehmensberatung, Herausforderung und Chancen nach dem Inkrafttreten des redierten Böb. Das heisst also, wie beschaffe ich, wie setze ich das um. Und dann haben wir in der Nachfolge Veranstaltung auch Frau Kunstnotter von der Waldrundwies Inländerbevorzugung im revidierten Böb. Wir haben den Luxus, einen zweifachen, dass auch Herr Thomas Fischer dann die 30 Minuten moderieren wird. Das heisst, wir haben im Nachgang dieser beiden Refraren dann rund 30 Minuten Zeit, um die Sache noch näher auseinanderzunehmen. Ich denke, es hat ziemlich Zündstoff für mich von Interesse, weil wir als Zentralbeschaffungsamt im BPA eben das dann auch umsetzen dürfen. Sehr gut. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich bitten, Herr Bergmann, merci. Ja, sehr herzlich willkommen heute zu dieser Fachsession, die am meistbesuchsteste Fachsession. Also, Herr Flückiger hat schon gesagt, wahrscheinlich etwas mit Zündstoff. Ich versuche in meinen ersten 25 Minuten, eine von mir aus gesehen, die wichtigsten Neuerungen kurz darzulegen, Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen und auch mögliche Erfolgsfaktoren dann für die operative Umsetzung. Kurz eine summarische Einschätzung meinerseits zum neuen, revidierten Beschaffungsgesetz. Die Hauptzielsetzungen der Umsetzung des GPS 2012 sowie auch die Angleichung der Rechtsgesetze zwischen Bund und Kantone sind ganz klar erfüllt. Aber aus meiner Sicht, und das überzeugt mich extrem am neuen Gesetz, ermöglicht es nun mehr Wettbewerb und vor allem viel Flexibilisierung in der Beschaffungsabwicklung. Wie gesagt, Harmonisierung ist aus meiner Sicht geglückt. Wir haben heute gleichlautende Texte, konträre Regelungen wie Fristen, wie Verhandlungen, wie Abgebotsrunden, sind nun einheitlich geregelt. Und das Gesetz ist breiter und klarer ausgelegt. Wir haben es heute Morgen schon gehört, die vier Beschaffungsgrundsätze, die gelten nach wie vor, die haben nach wie vor Bestand. Aber wir haben nun mit neuen Verfahrensmöglichkeiten, neuen Zuschlagskriterien und vor allem der Vorgabe, der Zuschlag am vorteilhaftesten Angebot zu erteilen, viel mehr Handlungs-, Gestaltungs- und Bewertungsspielraum. Und am Schluss, klar, allen ist das sicher etwas ein Dorn im Auge. Der Aufwand für die Umsetzung von diesen neuen Verfahren wird steigen. Nicht nur seitens Beschaffungsstellen, auch seitens Anbieter für die Angebotserstellung und Einreichung. Auch wenn die Evaluation über mehrere Schritte geht. Klammerbemerkung noch. Neu im Gesetz explizit geregelt, dass Subventionen, welche Abgeltungen entsprechen, auch nach Gesetz vergeben werden müssen. Ich bezweifle, ob das bis heute immer so getan wurde. Neu müssen Abgeltungsgeschäfte auch ausgeschrieben werden. Und auch das wird einen Aufwand geben. Bei der Analyse der neuen Gesetzgebung kam ich etwa auf 20 relevante oder wichtige, interessante Punkte, vor allem für die Umsetzung. Für die Beschaffungskonferenz kondensierte ich das auf zwölf. Nach Bekanntwerden, dass mir nur 25 Minuten zur Verfügung stehen, auf sechs. Die, die Sie hier jetzt aufgeführt haben. Und mit der Hinterlegung der drei letzten Punkte sehen Sie, ich werde nicht alles vorstellen können. Ich werde mich heute auf die drei oberen Punkte fokussieren. Ihnen stehen ja die Unterlagen zur Verfügung. Wenn Sie interessiert, kann auch aus meiner Sicht wesentliche Änderungen bezüglich freihändiges Verfahren, Abgebotsrunden und Ausschluss dann in den Folien nachlesen. Kommen wir zu eben diesen neuen Verfahren und Zuschlagskriterien. Neu sind Dialog, Wettbewerb und Studienauftrag explizit geregelt im neuen Gesetz und auch für IT-Beschaffungsverfahren vorgesehen. Es gibt noch, wie heute im Plenum auch noch erwähnt wurde, die elektronischen Auktionen für sogenannte standardisierte Dienstleistungen. Auch das, ein weiteres Vergabeverfahren, das etwas geöffnet wurde. Dann haben wir in Artikel 29 neu und vor allem präzisierte Zuschlagskriterien, die aufgeführt sind. Und eben der lang intensiv diskutierte Artikel 41 mit dem Zuschlag an das vorteilhafteste Angebot gegenüber, wie es heute noch geht, an das wirtschaftlich günstigste, auch das eine wirklich wesentliche Neuerung. Ja, was haben diese Neuerungen jetzt für eine Bedeutung? Für komplexe IT-Beschaffungen mit grosser Hebelwirkung, grossen Lebenszykluskosten, verschiedene Leistungen, verschiedene Güter, die ineinander hineinfliessen, erachte ich jetzt wirklich das Wettbewerbsverfahren als eine sehr interessante Möglichkeit gegenüber dem teilweise auch schon praktizierten Dialogverfahren. Beurteilung von Lösungen oder Konzepten über mehrere Experten-Hearings im Wettbewerbsverfahren oder verschiedenen Durchläufen wie Proof of Concepts ist, wäre alles möglich mit wirklich einem solchen Wettbewerbsverfahren. Ich habe es gesagt, Artikel 29 der Zuschlagskriterien führt insbesondere auf, dass bei der Angebotsbewertung leistungsbezogene Zuschlagskriterien zur Anwendung kommen. Also auch das ganz klar eine Stärkung der Gesamtbetrachtung bei einer Angebotsbewertung. Und ganz interessant, die präzise eingeflossenen Zuschlagskriterien, die zur Anwendung kommen, auch hier aufgeführt, Plausibilität der Lösung, Kreativität, Innovationsgehalt und das letzte für mich entscheidende ist die Effizienz der Methodik, die da eingeflossen ist. Werte Teilnehmer, das sind jetzt Zuschlagskriterien, die können jetzt angewendet werden. Und es soll mir niemand sagen, dass mit solchen Zuschlagskriterien nicht der Markt angesprochen werden kann oder wir auch nicht innovativ ausschreiben können. Wir haben jetzt mit diesen Begrifflichkeiten eine wertvolle Basis. Auch in Artikel 29 geregelt, explizit unterstützt eben den Bewertungsspielraum noch mehr auf die Bekanntgabe von Gewichtungen, von Zuschlagskriterien, die Lösungen beinhalten, die Lösungswege beinhalten, Konzepte sozusagen oder konkrete Vorgehensweisen. Da kann auf die Bekanntgabe der Gewichtungen verzichtet werden. Das heisst, wie in einem Wettbewerbs- oder auch in einem Dialogverfahren. Sie können über verschiedene Iterationen unterschiedliche Zuschlagskriterien anwenden und dessen Bewertung erst in einer zweiten Stufe sozusagen festlegen. Auch das enormer Handlungsspielraum aus meiner Sicht. Eben gerade die Kombination dieser neuen Verfahren mit neuen Zuschlagskriterien, mit der Vorgabe, dass der Zuschlag dem vorteilhaftesten Angebot zu erteilen, genau das ist jetzt der neue Handlungs- und Gestaltungsspielraum. Ja, was leite ich hierzu für, ja, sage dem jetzt mal Herausforderungen an. Ich habe mich auf drei wesentliche Herausforderungen konzentriert auf Seiten Beschaffungsstellen. Erstens, die sehr frühzeitige Planung, insbesondere in Bezug auf eine vorgangige Marktabklärung. Da komme ich noch später im nächsten Punkt drauf zu sprechen. Zweitens, die richtige Verfahrenswahl in Bezug auf den Beschaffungsgegenstand und Umfang und Komplexität. Insbesondere in jedem Sinn auch der Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Es braucht nicht für jede Beschaffung, auch wenn sie so genannt komplex ist, ein Dialog- oder Wettbewerbsverfahren. Nein, ich sage Ihnen eines. Die neuen Zuschlagskriterien, die können Sie auch in einem klassischen offenen Verfahren zur Bewertung hinzuziehen. Und drittens, dass die harte Arbeit die Ausarbeitung der sogenannten neuen Zuschlagskriterien, den leistungsbezogenen Zuschlagskriterien, deren Bewertungsmatrix auch im Ablauf des Beschaffungsverfahrens. Also, Kriterien so zu definieren, dass die leistungsbezogen bewertbar sind und auch differenzierbar pro Durchlaufschritt. Auf Seiten Anbietenden gibt es ja auch etliche hier im Raum, habe ich zwei wesentliche Herausforderungen herauskristallisiert. Nämlich das Bewusstsein, zukünftig bei solchen neuen Verfahren mehr Investitionen zu tätigen. Investitionen in die Angebotserstellung. Es wird mehr Brainkosten, es wird mehr konzeptionelle Arbeit brauchen. Insbesondere wird es auch zusätzliche Arbeit bedürfen bei der Preiskalkulation. Aus meiner Sicht wird der Preis auch zukünftig sehr wichtig sein. Aber in Bezug auf die Bewertung der Effizienz seiner Methodik im Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit wird es unbedingt nötig sein, dass sich das auch preislich auswirkt und mit in der Offerte drin ist. Klammerbemerkung natürlich für solche Offerterstellungen. Evaluationen, die über mehrere Schritte gehen, ist natürlich auch bei den Anbietenden die Organisation eine Riesenherausforderung. Sie brauchen für konzeptionelle Arbeiten viel mehr Fachpersonen, die richtigen Leute dem Tagesgeschäft hinzuzuziehen zur richtigen Zeit. Einreiche Fristen sind immer knapp. Auch das wird sehr herausfordernd sein. Und mit dem geht eigentlich auch die zweite Herausforderung einher. Das sehr tiefe Standardisierungspotenzial. Also sozusagen, wenn neue Verfahren, wo diese Kriterien angewendet werden, durchgeführt werden, heisst, jedes Angebot ist sozusagen eine Individualentwicklung. Also viel muss fallbezogen erarbeitet werden. Die Wiederverwendbarkeit bestehender Grundlagen, alter Offerten, wird signifikant sinken bei einer ersten Anwendung. Daraus einige Erfolgsfaktoren wieder für die beiden Seiten. Beschaffungsstellen und Anbieter. Ja, Beschaffungsstellen. Jetzt braucht es wirklich die Bereitschaft und den Mut, das effektiv umzusetzen. Also konkret die neuen Verfahren, auch intern zu verkaufenden Bedarfsstellen, diese mal auszuprobieren. Denn jetzt sind wir an der Stelle, da brauchen auch die Beschaffungsstellen, Innovation, um ihre Innovation beschaffen zu können. Zweitens die konsequente Ausrichtung am Markt. Also was gibt der Markt her? Wie funktioniert der? Was sind Unterscheidungsmerkmale? Das müssen Sie kennen, um A-Variantenwahl zu bestimmen und das weitere Verfahren. Eben, wie aufgeführt. Das richtige Verfahren daraus zu bestimmen und vor allem bewusst das Wort clever verwendet. Cleveres Beschaffungsdesign. Auch ein Wettbewerbsverfahren oder Dialogverfahren bringt Sie nicht ans Ziel, wenn das Beschaffungsdesign nicht stimmt oder komplett marktfremd ist. Und der letzte Punkt ist Fristen und Angebotsabgeltungen. Hier nicht nur die Fristen für die Angebotseinreichung initial, sondern vermehrt bei mehrstufigen Abläufen im Bewertungsprozess, Evaluationsprozess, auch diese Fristen fair ansetzen. Denn Qualität braucht Zeit auch von Seitenanbietenden und nur wenn das gewährleistet ist, haben wir dann auch den Erfolg. Zumal bei solchen umfangreichen Ausschreibungsverfahren absolut wichtig ist, dass dann die Angebote auch entsprechend fair abgegelten werden. Auf Seitenanbieter, ich habe es eigentlich indirekt schon gesagt, zunehmend eine Professionalisierung des Biddings ist zwingend notwendig. Sie müssen zukünftig, ich komme dann noch kurz darauf zu sprechen, fähig sein, innerhalb kürzerer Fristen bessere Angebote, umfangreichere Angebote zu erstellen. Also der Entscheid bei einem Ausschreibungsverfahren mitzunehmen muss sehr früh geschehen. Und dieser Entscheid darf kein Bauchentscheid sein. Der muss sich basieren auf die saubere Prüfung der Kriterienerfüllung mit meiner Lösung. Erst dann ist ein seriöser Entscheid effektiv möglich. Sonst macht man sehr viel Arbeit eigentlich für nichts. Und eben bewusst investieren in solche neuen Vorgaben von leistungsbezogenen Kriterien. Also genau prüfen, was sind hochgewichtigte Kriterien, welche stehen in einer wirtschaftlichen Dimension und dort Arbeit reinstecken, dass dort bewusst auch diese Investition jetzt leisten. Und der dritte Punkt geht eigentlich einher mit der Gesamtbetrachtung. Das Angebot muss zukünftig nicht nur einzelne Kriterien abdecken, sondern vermehrt die gesamte Erfüllung der leistungsbezogenen Zuschlagskriterien. Wir haben es auch gehört, neue Lösungsmöglichkeiten, Varianten müssen zukünftig vermehrt ökologische, ökonomische und soziale Aspekte abbilden. Und das muss aus dem Angebot erkennbar sein. Punkt Marktabklärung habe ich schon zweimal im Mund gehabt. Auch hierzu die aus meiner Sicht entscheidenden Neuerungen in den Gesetzesgrundlagen. Neu, Artikel 14, führt eine Marktabklärung explizit nicht mehr zu einer Vorbefassung. Neu sind vorbefasste und zugelassene Anbieter an einem Ausschreibungsverfahren bereits bei der Publikation aufzuführen. Das heisst, die sind im Sima oder im Amtsblatt zu veröffentlichen. War heute auch nicht so. Und Artikel 21 sagt, neu kann ein freihändiges Verfahren durchgeführt werden, wenn in einem offenen oder selektiven Verfahren kein Angebot die technischen Spezifikationen erfüllt. Bisher war dieser Wortlaut explizit nur auf die Eignungskriterien bezogen. Ja, was leite ich jetzt daraus ab? Zukünftig wird es mehr Marktabklärungen brauchen und die werden auch durchgeführt. Marktabklärung aus meiner Sicht unabdingbar, um die richtige Variantenwahl zu bestimmen und das richtige Verfahren und Ansatzpunkte haben eben zu diesen neuen, differenzierenden Zuschlagsideen, die angewendet werden. Eine Marktabklärung muss aus meiner Sicht drei wesentliche Ziele verfolgen. A. Später nicht am Markt vorbei ausschreiben, indem falsche Produkte verlangt werden oder falsche Leistungsbündelungen taxiert werden, marktfremde Kooperationsmodelle oder generell marktfremde Vorgaben gemacht werden. Und absolut wichtig, neu vermehrt in solchen Ausschreibungsverfahren, wo Innovation verlangt wird, sicherstellen, dass nicht durch bisher angewandte Killerkriterien, Eignungskriterien, der Start-up-Markt keinen Zugang hat. Denn der Start-up-Markt wird entscheidend sein für wirklich heute innovative Angebote und dort muss der Markt spielen. Zweitens, aus diesen Informationen der Marktabklärung auch die richtige Verfahrenswahl zu treffen. Unbedingt auch wichtig, die Kriterien zu kennen, wo sie sich differenzieren, auch in der Anwendung. Denn ein Dialogverfahren, ein Wettbewerbsverfahren kann wirklich auch nur sinnvoll sein, wenn sichergestellt ist, dass nur mit diesem Verfahren Lösungsvarianten effektiv, signifikant besser bewertet werden können als in einem klassischen offenen Verfahren. Und drittens, wesentliches Ziel einer Marktabklärung ist auch den Wettbewerb zu stärken. Konkret mehr Angebote zu kriegen. Also, ich kenne den Markt, ich muss wissen aus einer Marktabklärung, welche sind Lösungsvarianten, was sind Lösungskonzepte, die die Marktattraktivität stärken. Also vom Markt an Interesse gewinnen, nur so schaffe ich, mehr Angebote zu kriegen. Ja, was leite ich daraus für Erfolgsfaktoren ab? Marktabklärungen sind frühzeitig im Projekt zu planen, durchzuführen und vor allem mit den richtigen Ressourcen. Ich habe Ihnen keinen verlässlichen Wert auf die Kosten einer Marktabklärung. Das ist situativ verschieden. Aber eines kann ich Ihnen mitgeben. 90 Prozent des Aufwandes bei einer Marktabklärung liegt in der Vorbereitung und Durchführung, maximal 10 Prozent in der Auswertung. Die Zielsetzungen und Schwerpunkte der Marktabklärung, das gehört für mich eben in die Vorbereitung, müssen genau präzisiert werden, bevor es in die Ausarbeitung geht, eines Fragekataloges oder einer Anfrage. Also, wir müssen wissen in einer Marktabfrage, welchen Zweck sollen die gewonnenen Informationen haben? Sollen die den Variantenentscheid fällen können? Sollen die die Verfahrenswahl entscheiden können? Sollen die das Beschaffungsdesign helfen, sehr marktkonform zu definieren? Oder eben sogar konkrete Zuschlagskriterien, die daraus abzuleiten sind? Eine Marktabklärung oder RFI muss so ausgestaltet sein, dass Sie diese Antworten kriegen. Da braucht es konkrete und klare Fragestellungen. Dieser einfach und mit wenig Aufwand vom Markt auszufüllen ist. Sonst macht niemand mit. Der ist gratis. Und wichtig, die Ergebnisse, die daraus gewonnen werden, möglichst einem nachträglichen Beschaffungsverfahren beigestellt werden können. Also es heisst, die Informationen aus einer Marktabklärung müssen schnell anonymisierbar sein. Sie dürfen Eigentumsrechte nicht untergraben. Und wichtig noch, nur diese Informationen sind weiterzugeben oder beizustellen, die dann für den Markt wirklich einen Mehrwert bieten. Heute wird so viel beigestellt. Am Schluss sagt der Markt, ich brauche nur diese Unterlagen. Das einfach noch dazu ergänzt. Kommen wir zu den Fristen. Da gibt es eine Reihe Neuerungen, sehr interessanter Art. Einerseits die Friststillstand in den Gerichtsferien existiert nicht mehr. War ja schon auf kantonaler Ebene so, jetzt auch auf Bundesebene. Neu beträgt die Minimalfrist für Leistungen ausserhalb des Staatsvertragsbereichs, zum Beispiel medizinische Leistungen, die beschafft werden, 20 Tage. Und kann bei standardisierten Leistungen bis auf fünf Tage reduziert werden. Neu, in Artikel 47, die Mindestfrist von 40 Tagen im offenen Verfahren kann um fünf Tage verkürzt werden, wenn diese drei Voraussetzungen summarisch erfüllt sind. Also elektronisch veröffentlicht, zeitgleich die Unterlagen publiziert werden und die Angebote auf elektronischem Weg eingereicht werden können. Ist heute eigentlich schon möglich. Übrigens, diese Fristverkürzung um fünf Tage gilt natürlich auch für selektive Verfahren. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, ist die Minimalfrist nicht 25, sondern 20 Tage. Und ein interessanter, letzter Punkt, auch in Artikel 47. Die einreiche Frist für wiederkehrende Leistungen kann auf zehn Tage gesetzt werden, sofern in einem früheren Beschaffungsverfahren darauf hingewiesen wurde. Ja, was bedeuten nun diese Neuerungen aus meiner Sicht? Ich gehe davon aus, dass zukünftig die Minimalfrist in normalen, offenen Beschaffungsverfahren auf 35 Tage sinkt und bei Leistungen nicht im Staatsvertragsbereich auf 15 Tage gesetzt wird. Gerade für wiederkehrende IT-Dienstleistungen beziffern ein recht grosses Volumen, insbesondere auch im Bundesumfeld, wie Support, Wartung, Betrieb, Unterhalt. Ich gehe davon aus, dass eben der Artikel 47 neu so auch praktiziert wird. Also konkret müssen wir davon ausgehen, dass es standardmässig vorgesehen wird für wiederkehrende IT-Dienstleistungen mit sozusagen einer Vorankündigung und der Vorausschreibung der Vorperiode mit dem Hinweis, dass die Nachfolgebeschaffung dann mit reduzierter einreiche Frist praktiziert wird. Daraus leite ich folgende Empfehlungen ab in Richtung Beschaffungsstellen. Bitte diese Fristverkürzungen, die uns jetzt zustehen, sehr situativ prüfen. Reduktion von Fristen nur dort vornehmen, wo dies wirklich angemessen ist. Sonst stellt man sich selber ein Bein. Ich empfehle immer, bei der ersten Planung auch im offenen Verfahren mit 50 und 60 Tagen oder 60 Tagen zu rechnen. Nicht nur, wenn schon von vornherein klar ist, dass es eine Fristverlängerung braucht gegen eine allfällige Vorbefassung. Die Beschaffungsplanung muss sehr früh geschehen. Ich habe gesagt, Marktanalyse ist im Projektjargon über den ganzen Projektablauf, zum Beispiel nach Hermes, Teil der Studie in der Initialisierungsphase und trägt dazu bei, überhaupt den Variantenentscheid zu fällen. Seitens Anbieter optimieren wir mit der Professionalisierung des Bidings auch dort interne Prozesse so optimieren, dass die Marktabklärung berücksichtigt werden. Die Marktanalyse geben einen Hinweis auf spätere Ausschreibungen. Man kann sich schon darauf vorbereiten, auch wenn man nicht mehr mitmacht an der Marktabklärung. Und zukünftig eben fähig sein, innerhalb von sieben Wochen, 35 Tage, ein Angebot einzureichen. Und bei wiederkehrenden Leistungen, das geschieht noch nicht direkt, erst vielleicht in einer Nachfolgeperiode, unter Umständen innerhalb von zehn Tagen, zwei Wochen ein Angebot zu erstellen. Mein Fazit aus diesen Feststellungen, aus der Konsultation des aktuellen Gesetzes ist, wir haben nun eine, aus meiner Sicht, sehr wertvolle Basis, um viel flexibler beschaffen zu können. Sei dies mit den Verfahren, aber vor allem auch mit den Zuschlagskriterien. Jetzt muss man es einfach tun. Man muss es probieren. Trail and Error gehört auch dazu. Nur so werden wir es lernen. Und jetzt braucht es wirklich viel Arbeit. Und ich empfehle, sich dem zu stemmen und zu versuchen, das jetzt so anzuwenden. Denn eines ist sicher, das kann ich Ihnen sagen, der Markt ist bereit, hier einzusteigen. Und der Markt ist bereit, solche Angebote zu erstellen. Er wartet nur darauf, dass solche Verfahren jetzt praktiziert werden. In diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben anschließend dann nach dem Referat von Pandora noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich freue mich auch auf kontroverse Fragen, die Sie vielleicht nicht so sehen. Besten Dank. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, Sie haben alle mitgekriegt, dass die Revision des Beschaffungsrechts in den letzten zwei Jahren viel zu diskutieren gab. Insbesondere das Thema der Inländerbevorzugung hat großen Anlass zu Diskussionen gegeben. Ich möchte heute im Rahmen dieser Referats auf einige Stichworte eingehen. Auf das Herkunftsortsprinzip versus Leistungsortsprinzip, die Berücksichtigung von Preisniveaus, sowie auf die Formulierung, dass das vorteilhafteste Angebot den Zuschlag erhält. Zur Revision des Beschaffungsrechts. Sie haben das alles wahrscheinlich mitgekriegt. Die Ziele der Revision waren einerseits die Umsetzung des revidierten GPA. Mit der Revision des GPA wurden seinerseits drei Ziele verfolgt. Eine Verbesserung der Einhaltung des Abkommens in den Mitgliedstaaten, die weitere Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungsmarkts, sowie die Erweiterung des Marktzugangs. Andererseits war ein Ziel der Revision die Harmonisierung der Gesetzgebung auf Stufe Bund und Kantone. Am 15. Februar 2017 hat dann der Bundesrat einen Entwurf eines total revidierten Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen verabschiedet. Also vor über zweieinhalb Jahren. Man hat nun also über zwei Jahre darüber debattiert. 160 Änderungsanträge wurden im Parlament besprochen. Insbesondere die Frage, ob inländische Anbieter im Vergabeverfahren bevorzugt werden können oder nicht, hat die Emotionen im Parlament hochkochen lassen. Zu erwähnen ist beispielsweise die Unternehmerinitiative Fairplay Öffentliche Beschaffung. Der Initiative haben sich über 400 KMUs angeschlossen. Sie setzen sich gemäss ihren Angaben für faire Wettbewerbsbedingungen für Schweizer Anbieter ein. Es sollen gleich lange Spiesse für einheimische Unternehmen gelten. Einheimische Unternehmen sollen nicht mehr länger diskriminiert werden. Es ging noch weiter. Es sind auch Voten gefallen wie Switzerland First, also eine Bevorzugung der inländischen Anbieter gegenüber ausländischen Anbieterinnen. Ich zitiere hier aus einem Artikel aus dem Tagblatt. Switzerland First Ja, Switzerland First Nein, Switzerland First Ja, Switzerland First Nein. Ein veritables Pingpong der Entscheide. So kann man die Beratungen über die Revision des öffentlichen Beschaffungsrechts im Bundeshaus zusammenfassen. Die beiden Kammern sind sich unterdessen in den meisten Punkten einig. Doch bei der umstrittensten Frage beharren die Kammern jeweils auf ihren Standpunkten. Als Beispiel in diesem Zusammenhang wurde die USA genannt. Dieses Land wisse, seine wirtschaftliche Vormachtstellung auszuspielen. Der europäische Beschaffungsmarkt sei für US-Unternehmen deutlich offener als der amerikanische für hiesige Unternehmen. Verschiedene Regeln beschränken den Zugang für ausländische Unternehmen. Und Donald Trump wolle das noch weiter verschärfen. Er wolle die Behörde weiter verpflichten, für bei Beschaffungen in den USA hergestellte Produkte zu bevorzugen. Was machen wir also nun hier in der Schweiz? Darüber wurde debattiert. Am 21. Juni dieses Jahres erging dann die frohe Mitteilung, die Totalrevision ist durch. Man konnte sich einigen, auch bei den kritischen Punkten. Nach über zwei Jahren. Was gilt jetzt nun in Bezug auf diese Inländerbehandlung, Inländerbevorzugung? Es wird in diesem Zusammenhang immer vom Herkunfts- oder Leistungsortsprinzip auch gesprochen. Hier wieder ein Zitat aus einer Publikation. In der Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen schlägt der Bundesrat einige Quereneuerungen vor. Die gefährlichste, er will das Leistungsortsprinzip durch das Herkunftsortsprinzip ersetzen. Wer ortsübliche Löhne schützen will, setzt auf das Leistungsortsprinzip. So auch der Titel dieses Artikels, Herkunftsortsprinzip, bedeutet Dumping. Doch um was geht es hier eigentlich? Es geht um die Einhaltung von minimalen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen. Es entspricht bereits gängiger Praxis, dass Anbieterinnen im öffentlichen Beschaffungswesen minimale Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen einzuhalten haben. Es handelt sich dabei um sogenannte allgemeine Teilnahmebedingungen oder eben vergaberechtliche Grundvoraussetzungen. Diese Bedingungen sind von allen Anbieterinnen einzuhalten. Losgelöst von der Natur und der Ausgestaltung des öffentlichen Auftrags. Also diese Bedingungen können nicht nur mehr oder weniger erfüllt sein, sondern sie müssen ganz erfüllt werden. Anbieterinnen, welche diese Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, werden vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Sie können vom hängigen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden, aber bei schwerwiegenden Verletzungen können sie auch für künftige Verfahren ausgeschlossen werden. Das neue revidierte Recht sieht ja nun auch die Führung einer sogenannten schwarzen Liste vor, wo eben solche Ausschlüsse dann drauf kommen können. Was wurde nun im Parlament diskutiert? Es wurde darüber diskutiert, welches Recht maßgebend sein soll. Also das Recht am Herkunftsort der Leistungserbringerin nach dem Herkunftsortsprinzip oder das Recht am Ort der Leistung nach dem Leistungsortsprinzip. Ein Beispiel. Ein Unternehmen aus dem Wallis offeriert in Bern für den Bau eines Gebäudes. Je nach geltendem Prinzip gelten andere Anforderungen. Wenn das Leistungsortsprinzip gilt, dann sind die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen des Kantons Bern maßgebend, also dort, wo die Leistung erbracht wird. Es würden insbesondere beispielsweise die Berner Mindestlöhne gelten. Nach dem Herkunftsortsprinzip würden die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen des Kantons Wallis gelten. Also die Bedingungen und Bestimmungen, wo das Unternehmen herkommt. Also hier aus dem Wallis. Der Entwurf des Bundesrates vom Februar 2017 sah diesbezüglich eine differenzierte Regelung vor. Er sah vor, dass für Leistungen im Inland für schweizerische Anbieterinnen das Herkunftsortsprinzip gelten solle. Die Idee war, dass sich der administrative Aufwand für schweizweit tätige Unternehmen verringert, indem sie nicht je nach Auftragsort unterschiedliche Regelungen einhalten müssen. Zudem unterstehen die schweizerischen Anbieterinnen dem Binnenmarktgesetz, welches das Herkunftsortsprinzip vorsieht. Das war der Hintergrund der differenzierten Regelung. Für ausländische Anbieterinnen hätte das Leistungsortsprinzip gelten sollen und bei Leistungen im Ausland hätte es ebenso für alle Anbieterinnen das Leistungsortsprinzip gelten sollen. So war es im Entwurf des Bundesrates vorgesehen. Dieser Entwurf wurde aber im Parlament kritisiert. Es wurde beispielsweise vorgebracht, dass beim Herkunftsortsprinzip Anbieter aus Kantonen mit guten Arbeitsbedingungen dann schlechter gestellt werden als Anbieterinnen aus sogenannten Niedriglohnkantonen. Und deshalb würden dann in Kantonen, die eben als die guten Kantonen gelten, würde eine Verschlechterung der eigenen Arbeitsbedingungen angestrebt werden und das würde eine Abwärtsspirale nach unten eröffnen. So wurde es beispielsweise vorgebracht. Schlussendlich hat sich dann das Parlament entschieden, dass das Leistungsortsprinzip für alle Anbieterinnen sowohl für Leistungen im Inland als auch im Ausland gelten solle. Das Parlament hat sich mit diesem Entscheid für den Föderalismus, also für kantonal unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Gesamtarbeitsverträge und Lohnvorschriften ausgesprochen und das höher gewichtet als den Binnenmarktgedanken. Wir haben also nun aufgrund dieser Regelung heute eine Differenz zum Binnenmarktgesetz, die im Vollzug dann noch die eine oder andere Frage aufwerfen wird. Aber zusammenfassend kann man festhalten, dass alle Anbieterinnen gleich behandelt werden. Es gilt für alle Anbieterinnen das Leistungsortsprinzip. In Bezug auf Artikel 12 möchte ich noch Folgendes ergänzen. Im Rahmen der parlamentarischen Diskussionen ist dieser hier zitierte Absatz 3 neu ins Beschaffungsgesetz eingeführt worden. Damit zählen zu den allgemeinen Teilnahmebedingungen für Anbieterinnen nicht nur die Einhaltung von minimalen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie die Einhaltung der Lohngleichheit, sondern auch neu, dass die Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Einhaltung der natürlichen Ressourcen einzuhalten sind. Dieser Zusatz, der hier eingefügt wurde im Bundesgesetz, illustriert die erhöhte Sensitivität der Gesellschaft für Anliegen des Umweltschutzes. Die Einhaltung des zwingenden Rechts war zwar bereits bisher Voraussetzung für die Erlangung eines öffentlichen Auftrags, nun haben wir aber hier eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage. Weiter ist noch zu erwähnen, dass eben auch SubunternehmerInnen diese allgemeinen Teilnahmebedingungen einzuhalten haben. Und deshalb ist in die Vereinbarung zwischen den AnbieterInnen und den SubunternehmerInnen diese Verpflichtung in den Vertrag aufzunehmen. Was gilt jetzt nun in Bezug auf die Berücksichtigung der Preisniveaus? Es wurde im Rahmen der parlamentarischen Diskussionen stets auch geltend gemacht, ein direkter Vergleich einer Schweizer Offerte mit einer rumänischen Offerte, beispielsweise wo die Löhne ein Bruchteil von denjenigen der Schweiz betragen, sei nicht fair. Deshalb müssen die unterschiedlichen Preisniveaus bei der Beurteilung der Offerten berücksichtigt werden können. Und wie macht man das? Indem man bei den Zuschlagskriterien in der Aufzählung ein weiteres Kriterium aufgenommen hat, also dass neben der Qualität und so weiter eben auch die Berücksichtigung von Preisniveaus möglich sein soll. Ausländische Unternehmen, die von tieferen Gestehungskosten profitieren, sollen in Beschaffungsverfahren in der Schweiz keine Vorteile haben. Man hat in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Heimatschutzartikel gesprochen. Dieser Artikel war lange umstritten. Er war das sogenannte Pièce de Résistance der ganzen Revision. Der Bundesrat hat in den Parlamentsdebatten darauf hingewiesen, dass eine Berücksichtigung tieferer Preisniveaus im Ausland diskriminierend und nicht WTO-konform sei. Es würde den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt werden. Was hat man gemacht? Man hat in der letzten Sekunde einen Kompromiss gefunden. Und daher auch der Titel der Heimatschutzartikel bleibt. Aber, was bedeutet nun das Aber? Man hat in Artikel 29 des revidierten Böb einen weiteren Zusatz eingefügt. Und zwar haben sich der National- und Ständerat dahingehend geeinigt, dass das Kriterium unterschiedlichen Preisniveaus nur unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz berücksichtigt werden kann. Man hat also hier den Zusatz eingefügt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz. Mit diesem Zusatz in Artikel 29 konnte dann die Revision in letzter Sekunde gerettet werden. Nun, was bedeutet dieser Zusatz? Die Berücksichtigung von unterschiedlichen Preisniveaus ist nicht möglich bei internationalen Ausschreibungen im Staatsvertragsbereich. Eben weil sonst ein Verstoss gegen das WTO-Recht drohen würde. Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs könnte das Kriterium der unterschiedlichen Preisniveaus hingegen, wie beispielsweise bei der Lehrlingsausbildung, berücksichtigt werden. Aber auch hier ist als Zwischenfazit festzuhalten, dass die inländischen Anbieterinnen gegenüber den ausländischen Anbieterinnen nicht bevorzugt werden können. Bei einem Zuschlag ist einzig entscheidend, wer das vorteilhafteste Angebot einreicht. Wie auch bereits Marc Bergmann erläutert hat, hat man hier die Formulierung neu gewählt. Neu heisst es im revidierten Böb, dass das vorteilhafteste Angebot den Zuschlager hält und nicht mehr das wirtschaftlich günstigste Angebot, wie es früher vorgesehen war und auch gegolten hat. Mit der angepassten Formulierung, will man den Voten in den Räten folgen, wurde der Paradigmenwechsel bestätigt und unterstrichen, dass für den Zuschlag nicht mehr bloß der Preis der Leistung eine Rolle spiele, sondern das gesamte Angebot zu beurteilen sei anhand der ausgeschriebenen Zuschlagskriterien. Der Qualitätswettbewerb soll intensiviert werden, um den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Das war der Hintergrund der angepassten Formulierung. Allerdings darf man meines Erachtens diese Umformulierung nicht überbewerten, denn in den Originalsprachen des GPA 1994 sowie 2012 fanden sich bereits seit jeher Begriffe wie plus avantageuse, also am vorteilhaftesten. Und auch die Berücksichtigung der Leistungsqualität ist keine eigentliche neue Erfindung des revidierten Beschaffungsrechts. Aber klar, die Vergabestelle kann bei der Ausgestaltung der Zuschlagskriterien selber entscheiden, wie sie Angebote bewerten möchte. Und sie hat, wie auch Marc Bergmann erläutert hat, hier einen grossen Handlungsspielraum. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass eben auch bei der Ausgestaltung der Zuschlagskriterien die verschiedenen Verfahrensgrundsätze einzuhalten sind, insbesondere der Grundsatz der Gleichbehandlung. Also komme ich zu folgendem Fazit. In Bezug auf die Inländerbevorzugung hat das revidierte Beschaffungsrecht zu keinem Paradigmenwechsel geführt. Es gilt weiterhin das Gleichbehandlungsgebot von inländischen und ausländischen Anbieterinnen. Eine Inländerbevorzugung ist grundsätzlich unzulässig. Das Leistungsarztprinzip gilt für sämtliche Anbieterinnen. Und auch eine Berücksichtigung von unterschiedlichen Preisniveaus ist bei internationalen Vergaben im Staatsvertragsbereich unzulässig. Einzig die Möglichkeit, die Zuschlagskriterien entsprechend auszugestalten und dem vorteilhaftesten Angebot den Zuschlag zu erteilen, gibt den Vergabestellern einen gewissen Spielraum, welche Kriterien sie berücksichtigen möchte. Aber auch hier ist nochmals zu betonen, es ist stets der Grundsatz der Gleichbehandlung einzuhalten. Und insbesondere sind auch im Staatsvertragsbereich die internationalen Verpflichtungen einzuhalten. Also meines Erachtens kann ich als Fazit festhalten, dass das Ganze nicht so heiß gegessen wird, wie es ursprünglich gekocht wurde. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Gonsnotter und Herr Bergmann für Ihre Ausführungen, die auch mich sehr mitgenommen haben, weil zu meinem Job gehört es, jetzt sich zu überlegen, wie führen wir im Kanton Bern das neue Beschaffungsrecht ein. Und da habe ich eine Reihe von Fragen und sicher Sie auch. In Absprache mit Frau Dr. Gonsnotter erlaube ich mir aber ganz kurz noch eine Sequenz einzuschieben. Wie gehen wir mit diesen Fragen, die sie aufgeworfen hat, im Kanton Bern um? Nämlich die Inländerbehandlung und das Herkunftsortsprinzip. Das interessiert Sie vielleicht auch. Beim Herkunftsortsprinzip gehe ich davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich den Kanton daran festhalten, dass das Herkunftsortsprinzip gilt, weil, wie Frau Dr. Gonsnotter gesagt hat, für die Kanton das Binnenmarktgesetz gilt. Und das schreibt das Herkunftsprinzip vor. Davon können wir, anders als der Bundesgesetzgeber, nicht abweichen, auch wenn wir das wollten. Es kann aber auch sein, dass sich die Politik anders entscheidet und sagt, doch, wir wollen auch in den Kanton das Leistungsortsprinzip einführen, wenn das der Bund schon so uns vorgemacht hat. Dann werden wahrscheinlich die Gerichte darüber entscheiden müssen. Zur Frage der Inhändlerbehandlung laufen im Moment gerade politische Konsultationen auf Stufe der Kantonsregierungen, welche Teile dieser Innovation, in Anführungszeichen, die das Bundesparlament eingeführt hat, wir in die IVAB übernehmen wollen. Weil die Ausgangslage ist ja eine ausgehandelte Lösung zwischen Bund und Kantonen, von der das Bundesparlament jetzt wieder abgewichen ist. Und gestern hat der Regierungsrat des Kantons Bernd seine Meinung geäussert. Wir sind der Meinung, wir wollen diese Switzerland-Force-Bestimmung nicht übernehmen in das kantonale Recht, weil wir der Meinung sind, das bringt nichts, auch unsere Wirtschaft nicht. Wie wir gehört haben, diese Inländerbevorzugungsregelung, die gilt nur unterhalb der Veto-Schwelle. Und unterhalb der Veto-Schwelle gehen schon heute die allermeisten Aufträge an Schweizer Unternehmen oder sogar an lokale Unternehmen. Und angesichts dieser Umstände jetzt noch einen grossen Zusatzaufwand auf uns zu nehmen, die das mit sich bringen wird, das Preisniveau, was auch immer das heisst, im Ausland festzustellen und irgendwie in die Beschaffung einzurechnen, da ist die Regierung des Kantons Bernd der Meinung, das bringt es nicht. Aber auch hier werden wir sehen, wie sich die Kantone entscheiden. Das ist der kurze kantonale Einschub und jetzt stehen die Referentinnen und Referenten und ich und alle hier Ihnen für Fragen oder Bemerkungen zur Verfügung. Der Bund sagt ja, man könne jetzt das Preisniveau beurteilen. Und er sagt auch, es gelte das Leistungsortsprinzip. Stellt er irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung, dass das auch beurteilt werden kann, von denen, die die Beschaffung durchführen müssen. Also beim Leistungsortsprinzip, dort gilt eigentlich dann einfach grundsätzlich die Bestimmungen des Obligationenrechts und des Arbeitsgesetzes auf Bundesebene. Und dann gelten einfach die jeweiligen kantonalen Gesamtarbeitsverträge. Ja, so ein bisschen das. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Computer beschaffe, dann sehe ich das von einen. Diese Frage, genau diese Frage wurde auch im Bundesparlament aufgeworfen. Da hat der Nationalrat Müller gesagt, stellen Sie sich vor, jemand beschafft einen Lastwagen, da müssen alle Anbieter angeben, okay, der Motor kommt aus Österreich und die Reifen kommen aus China und die Elektronik aus Taiwan. Und da muss man es irgendwie berechnen und einfließen lassen. Und niemand hat im Parlament sagen können, wie das funktionieren soll. Und ich kann das mir auch nicht vorstellen. Und vielleicht in Bezug auf das Preisniveau ist es auch ein bisschen ähnlich. Also man hat das irgendwie eingefügt und hat dann aber auch noch den Zusatz eingefügt, dass die internationalen Verpflichtungen einzuhalten sind. Und das damit schon ein bisschen auch wieder ausser Kraft genommen. Und deswegen ist es fraglich, wie relevant der Zusatz überhaupt war, die Berücksichtigung der unterschiedlichen Preisniveaus. Darf ich eine weitere Frage stellen? Zuerst zu der Frage mit dem Computer. Ich nehme an, die Bundesverwaltung, Bundeskanzlei beschafft iPhones und bin nicht sicher, ob hier übrigens internationale Verpflichtungen wie Menschenrechte dazugehören bei der Produktion dieser Geräte. Meine erste Anschlussfrage. Ich lasse das, was mich viel mehr interessiert, ist, wie geht man in Zukunft damit um mit dieser Problematik? Eine Dienstleistung soll sicher sein. Deswegen sagt man, man gibt die Vergabe nur der Swisscom, nicht der Sunrise zum Beispiel. Ich habe keine Verbindung mit beiden Unternehmen. Und man sagt und geht davon aus, ja, diese sind nicht sicher. Man könnte auch sagen, Huawei sei nicht sicher, wie der USA-Botschafter uns das mitteilen wollte. Wie geht man in Zukunft damit um? Weil hier wäre ja oftmals das sicherste Angebot vielleicht wichtiger. Und wie schreibt man das aus und wie beurteilt man das als vorteilhaft? Ja, also das ist sicherlich eine ganz gute Frage. Das hat nicht wirklich mit dem Leistungsortsprinzip zu tun, sondern es geht dann wirklich darum, wie Sicherheitsfragen in die Beschaffung eingebaut werden können oder nicht. Und das ist sicherlich, ja, das ist ein spannendes Thema. Und das kann ich jetzt nicht abschliessend beantworten. Man hat dort bei ganz heiklen Beschaffungen hat man auch Ausnahmen, dass die dann nicht ausgeschrieben werden müssen, weil die Sicherheitsproblematik besteht. Ja, und ansonsten muss man einfach die entsprechende Ausschreibung so ausgestalten, dass die jeweiligen Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden können. Aber es ist, ja, ich hatte auch schon in einem Beschwerdverfahren damit zu tun, wo es eben auch um die Sicherheitsfragen eines Unternehmens ging. Bei der Beschaffung, ja, der Fall ist eigentlich sehr, sehr bekannt, wo eben auch der Bund sich eingeschaltet hat, der Bundesrat hat sich eingeschaltet und gesagt, dass ein Unternehmen mit ausländischer Herkunft nicht berücksichtigt werden könne in diesem Verfahren. Und das hat dann, ja, zu Beschwerdeverfahren geführt. Ich habe jetzt nach heute Morgen, heute Nachmittag nochmals gehört, dass man eigentlich die elektronische Angebotsabgabe forcieren möchte, dass man sogar Fristen verkürzen kann, wenn man Angebote elektronisch einreicht. Vor einigen Wochen musste ich dazu aber lesen, dass das Projekt, das das ermöglichen sollte, für die neue SIMAP-Plattform abgebrochen wurde. Meine Frage, gibt es jetzt irgendeine Form, in der man in der Schweiz und auch im Kanton-Bern Angebote rechtsgültig einreichen kann in digitaler Form? Ich erlaube mir, das zu beantworten, weil ich fühle mich da ein bisschen angesprochen. Ich stand nämlich, glaube ich, letztes Jahr in dieser Konferenz und erzähle Ihnen vom neuen SIMAP. Das haben Sie inzwischen mitbekommen, das Projekt musste abgebrochen werden, weil wir uns mit dem Softwarehersteller nicht eignen konnten über die verschiedenen Aspekte des Geschäftes. Im Moment gibt es keine schweizweit einheitliche Lösung. Im Verein SIMAP sind wir aber weiterhin dabei, uns zu überlegen, wie es weitergehen soll, weil die Plattform, die wir heute haben, die ist end of life, die muss in ein paar Jahren spätestens ausser Betrieb genommen werden können. Die können wir so nicht mehr weiterentwickeln. Und im Moment laufen da Überlegungen, was die Stossrichtung sein könnte. Es gibt verschiedene Varianten, ob wir weiterhin versuchen, für die ganze Schweiz einen ganzen Beschaffungsworkflow abzudecken, wie die neue SIMAP-Plattform, das ja im jetzt abgebrochenen Projekt vorsah, oder ob wir einfach einen Ersatz wollen, eine reine Publikationslösung, dann halt eben weniger Features hätte und vielleicht auch keine Angebotseingabelösung. Mittelfristig gehe ich aber davon aus, dass sich das Problem dadurch vereinfacht, dass im Moment gesetzgeberische Bestrebungen zur Digitalisierung des Verwaltungsverfahrens und Verwaltungsbeschwerdefahrens im Gange sind. Wir warten jetzt schon seit ein paar Monaten auf die Botschaft, auf die Vernebenlassungsunterlagen des Bundesrates zum sogenannten Bundesgesetz über die elektronische Kommunikation mit Behörden und Gerichten, BKG, das im Moment im Bundesamt für Justiz vorbereitet wird. Und das soll vorsehen, dass für das Bundesrecht eine Plattform geschaffen wird, auf der Verwaltungsverfahren elektronisch abgewickelt werden können. Da können sich die Justa mit der SwissID, also E-ID, anmelden und müssen nicht mehr komplizierte Software installieren oder Zertifikate kaufen oder was auch immer. Und wir sind ja auch in den Kantonen, aus dem Kanton Bern, jetzt dabei, das vorzubereiten, das auf kantonaler Ebene nachzuvollziehen, sodass wir mittelfristig in ein paar Jahren auch alle Verwaltungsverfahren, dazu gehören auch Beschaffungsverfahren, elektronisch abwickeln können, dass es dann auch funktioniert. Kurzfristig werden wir uns etwas überlegen müssen im Kanton Bern, wie wir das neue Recht mit der digitalen Angeboteingabe umsetzen. Ich kann mir da ein paar ziemlich pragmatische Lösungen vorstellen, aber das werden wir uns im Detail noch anschauen müssen. Wenn ich geschäftskritische Software beschaffe, wie zum Beispiel eine Steuersoftware, ist es richtig, dass ich mit dem neuen Recht als Eignungskriterium keine Referenzen mehr verlangen darf? Wer möchte das beantworten? Ich kann versuchen, eine Antwort zu geben. Mir ist das so nicht bekannt. Referenzen können nach meinem Wissen weiterhin eingeholt und verlangt werden. Mir wäre nichts anderes bekannt. Also mir auch nicht, aber es wird vermehrt für neue Lösungen, wie ich erwähnt habe, Thema Start-up-Markt wahrscheinlich zielführender sein, wenn man in Zukunft nicht mehr Erfahrungen als Eignungskriterien definiert, sondern möglicherweise als Zuschlagskriterien. Weil genau Erfahrungseignungskriterien verhindern bei vielen Start-ups den eintrittenden Markt. Weitere Fragen, Bemerkungen, politische Stellungnahmen, verzweifelte Stossäufzer zum neuen Recht? Können Sie etwas sagen zu den Auswirkungen beim Einladungsverfahren? Das hatte jetzt neu die Möglichkeit von Beschwerden. Was würde das für uns bedeuten als Vergabestellen? Ich kann das vielleicht zuerst aus einer kantonalen Sicht beantworten, dann vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen aus einer Bundessicht. Aus kantonaler Sicht, aus dem Kanton Bern ändert sich nichts. Das Einladungsverfahren untersteht schon heute dem Rechtsschutz ab den Schwellenwerten für das Einladungsverfahren. Für den Bund ist das aber neu. Und der Bund wird sich auf das einstellen müssen. Und da gebe ich jetzt vielleicht gleich dem Kollegen aus der Bundesverfassung weiter, wenn ich darf. Ja, merci. Was sehr interessant ist, ist, dass wir die Situation haben, dass wir neu ab dem 1. Januar 2021 sogar sämtliche Publikationen oder vergabend wir ab 50.000 Franken Tätigen eh schon publizieren. Also die Öffentlichkeitswirksamkeit, die ist da. Die ist nicht erst irgendwie ab 230.000 Franken da. Und das heisst, wir müssen so oder so, ob mit oder ohne, der Situation, dass wir eine Beschwerde oder ein Rechtsmittel haben, schauen, dass wir dort möglichst souverän sind, weil eben die Öffentlichkeitswirksamkeit schon ab 50.000 Franken eintritt. Und in diesem Sinne ist die Koppelung dieser beiden Instrumente evident. Und man muss eigentlich beides zusammen anschauen. Weitere Fragen, Bemerkungen? Ich komme nochmals. Jetzt geht es um die Rechtsmittelmöglichkeiten. Ich kann die Beschwerde greifen, das ist super. Es gibt aber eigentlich nur noch quasi danach die Scherben aufzuräumen. Und wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht eine Entschädigung, dass ich nicht berücksichtigt wurde. Und dann kriege ich, keine Ahnung, 50.000 Franken. Also, man kann kaum provisorische Massnahmen verlangen. Super provisorische Massnahmen sehr schwierig. Nur unter ganz wenigen Umständen sind gewisse kantonale Verwaltungsgerichte bereit, diese überhaupt zu gewähren. Wie gehen wir mit dem neuen Böb damit um? Was sind die Möglichkeiten, um für so vorsorgliche Massnahmen mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg zu beantragen, damit überhaupt noch etwas zu retten ist, damit es überhaupt Sinn macht? Sonst lasse ich die Beschwerde lieber gleich bleiben. Frau Dr. Konznota, das zönt für mich nach einer Frage an die praktizierende Anwältin. Genau, also grundsätzlich sind Beschwerden weiterhin möglich. Es ist einfach dort, es wird einfach unterschieden. Ich habe es noch nicht ganz fertig zu Ende gedacht, aber meines Erachtens ist das Beschwerderverfahren nicht grundsätzlich anders geworden, auch mit der subprovisorischen Wirkung von Beschwerden. Einzig im Ausserhalb des Staatsvertragsbereich, dass dort es dann eigentlich nur noch Möglichkeit vom sekundären Rechtsschutz besteht. Also dass man dort eben eigentlich nicht den Zuschlag mehr erhalten kann, sondern nur noch eine eine Entschädigung. Aber im übrigen Bereich, also im Bereich innerhalb des Staatsvertragsbereichs, würde ich jetzt die Frage dahingehend beantworten, dass sich nichts ändert. Frau Kollege, Artikel 58 des revidierten Böb sieht vor, aber Verzeihung, wenn ich das so sagen darf, ich denke, es ist für uns alle wichtig, oder? Die Beschwerdeinstanz kann in der Sache selbst entscheiden oder diese an die Vorinstanz oder Auftraggebung zurückweisen. Fall einer Rückweisung hat sie verbindliche Anweisungen zu teilen. Das ist der Absatz 1. Absatz 2 erweist sich die Beschwerde als begründet, ist der Vertrag mit der Berücksicht, die Anbieterin bereits abgeschlossen, oder? Das ist der Standardfall, bis zu überhaupt erste Akteneinsicht irgendwas geschieht. So stellt die Beschwerdeinstanz, ich ergänze selber nur noch, fest, inwiefern die angefochten verfügungsanwendbare recht verletzt. Toll, habe ich dann viel davon gehabt. Absatz 3 gleichzeitig mit der Feststellung der Rechtsverletzung entscheidet die Beschwerdeinstanz über ein allfeiliges Schadensersatzbegehren. Und das ist in der Regel nicht der entgangene Gewinn, also nicht lucrum zessanz, sondern nur negatives Vertragsinteresse oder Aufwendungen in Hinblick darauf, sprich, mein Aufwand. Und dann der Schadensersatz ist eben Artikel 4 spezifiziert, beschränkt auf die erforderlichen Aufwendungen, die der Anbieterin im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Einrichtungsangebot erwachsen sind. Also, habe ich richtig verstanden, oder? Ja, Entschuldigung, Sie haben das schon richtig verstanden, aber auch noch von der Relevanz ist eben Artikel 4 in der Artikel mit der aufschiebenden Wirkung. Dort steht schon, dass die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung grundsätzlich. Aber sie kann trotzdem eine aufschiebende Wirkung gewähren. Und die aufschiebende Wirkung, die verursacht ja eben, dass dann noch kein Vertrag geschlossen werden kann. Ich bin still genug. Richtig, Sie müssen aber immer schnell sein. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann möchte ich hier nicht künstlich verlängern und noch die verbleibenden 20 Minuten vielleicht etwas kürzer nutzen, um den Referentinnen, der Referentin und dem Referenten noch einmal ganz herzlich zu danken für einen Einblick aus der Beratungs- und Beschaffungspraxis beziehungsweise aus der Rechtspraxis, wie sich das neue Beschaffungsrecht auf uns auswirkt. Ich erlaube mir noch ganz kurz einen Werbespot für unsere Beschaffungswebsite des Kantons Bern zu schieben, b.ch slash Beschaffung. Dort bieten wir einen Newsletter an, über den wir alle Interessierten regelmässig über Neuigkeiten im öffentlichen Beschaffungswesen des Kantons Bern informieren. Und das heisst wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten regelmässig über News, wie es mit der Einführung des öffentlichen Beschaffungsrechts im Kanton weitergeht. b.ch slash Beschaffung unsere Webseite. Vielen Dank noch einmal und ich bitte Sie mit mir zusammen, die Referenten noch einmal mit einem gehörigen Applaus zu verabschieden. Applaus